Seit über 100 Jahren überraschen die Küchenprofis von Franke mit Innovationen, die Funktionalität und Designs perfekt miteinander verbinden. Auf der diesjährigen Swissbau stellte der Schweizer Global Player mit Stammsitz in Arburg sein neuestes Sortiment vor. Highlight? Die neuartige Filterarmatur Vital. Hallo Tanja, willkommen hier bei uns am Stand bei der Franke an der Swissbau. Danke sehr. Wo ich dir unsere Hauptneuheit, wo wir das hier am Stand haben, präsentiere. Die Vital hat eine Besonderheit, dass sie einen eingebauten Filter hat, und zwar wirklich direkt in die Armatur. Du kannst sie aber normal brauchen, eigentlich mit der normalen Armatur. Aber auf der anderen Seite haben wir auch noch gefiltertes Wasser. Wie gesagt, die Besonderheit ist hier im Filter drin. Ich nehme ihn gerade schnell raus. Der Filter hat drei verschiedene Niveaus, also drei Schichten. Die erste Schicht ist Aktivkohle. Das nimmt alle Geschmäcker raus, die das Wasser hat. Grundsätzlich haben wir in der Schweiz ein sehr gutes Wasser. Das ist eine sehr höhe Qualität, eigentlich auch mit einem grundsätzlich guten Geschmack. Aber trotzdem, von dort, wo das Wasser gefasst wird und dort, wo wir es trinken, das sind einige Kilometer lang, da kommen zum Teil Geschmäcker dazu, je nachdem, wo wir wollen. Das ist draussen. Wir haben eine zweite Schicht, das ist eine Membran, die ein Spin-off von der ETH entwickelt hat mit uns zusammen, die ungefähr zwei Milliarden Löcher hat, der Filter. Und der Filter, die letzte Schicht, ich gebe Ihnen gerne in die Hand, der filtert nach den Mikroplastikhausen zum Beispiel, momentan ein Riesenthema. Es gibt Untersuchungen, die sagen, dass wir in der Woche ungefähr Mikroplastik in der Grösse von einer Kreditkarte zu uns nehmen. Filtert aber auch Bakterien raus, filtert Virus raus, filtert eigentlich wirklich alles raus, was wir nicht trinken wollen. Also das ist sicher hier die ganz grosse Neuheit. Ich gebe dir gerne einen Schluck Wasser an, dass du dort einmal einen Schluck nehmen kannst. Wie gesagt, sehr einfach zum Bedieren. So. Also da sparst du 12,5 Kilogramm PET, wo nicht mehr produziert werden muss, sparst du da natürlich ein. Und da ist immer Top-Trinkwasser. Also von daher, aus unserer Ansicht gehört das natürlich eigentlich jeder Aushalt, dass man da wirklich zu jeder Zeit Top-Trinkwasser zusichern kann. Nächster Fimo. Bis zu 500 Liter Leitungswasser reinigt ein Filter. Für die Armaturen braucht es keinen Platz im Unterschrank. Überrascht hat Franke auf der Swissbau auch mit dem cleveren Ordnungssystem Boxcenter. Spüle und Küchenutensilien verbinden sich zu einer optimalen Arbeitsebene. Alles ist leicht erreichbar und auch schnell und hygienisch wieder verstaut. Im kleineren Edelstahlbecken finden sich die wichtigsten Küchenutensilien immer griffbereit. Das große Becken wird schnell zur Arbeitsfläche. Gut organisiertes Kochen spart eben auch Zeit. Das Franke Boxcenter. Make it wonderful.